Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschla und schon wieder für euch in Battle for Esser unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um das wohl seltenste Spielzeug, was es in World of Warcraft zu erfarmen gibt. Und zwar handelt es sich um die Super Saiyan-Sphäre oder wie sie ich auch sagt, die Super Saiyan-Gin-Sphäre. Und diese wollen wir uns jetzt erstmal angucken und dann zeige ich euch, wo man sie am besten farmen kann. Dann einmal aktiviert sind wir quasi so ein Affe in einer Bubble, die lustig Leder leuchtet. Das sieht auch alles ein bisschen heller aus, wenn man nicht gerade hier im Eiskrone unterwegs ist. Ist auf jeden Fall ein lustiges Toy, hält aber nur 5 Minuten und hat eine Abklingzeit von einer Stunde. Man kann aber durch andere Toys quasi hier den Effekt ein bisschen verlängern mit so Kopiergeschichten und anderen Sachen, wenn man das haben will. Warum ist das Ding jetzt so selten? Und zwar kann das theoretisch von jedem Elite-Max-Level-Mob in Nordend droppen. Es war erst die Vermutung, dass es wirklich nur Homonoide-Mobs sind, aber es gibt auch einige Gegenbeispiele, deswegen es wird vermutet. Die Drop-Chance ist nämlich so gering, dass man hier nicht von sicheren Geschichten reden kann. Ihr seht, hier gibt es teilweise 0% Drop-Sachen, weil hier ein Item gedroppt ist von 2.700.000. Ne, das sind hier bloß 270.000, aber es gibt auch welche, die ein paar Millionen Kills haben. Aber das sind nur die WoW-Head-Daten und dementsprechend ist es so niedrig. Also ihr seht schon, ja, da haben wir doch eins, was mehr hat genau. Hier haben wir 2.800.000, da haben wir 19 Drops. Also ihr seht schon, da sind die Drop-Chancen so sehr, sehr niedrig. Es gibt auch ein paar, die eine höhere haben. Zum Beispiel gibt es hier einen, der hat eine 0,08% Drop-Chanze. Ich habe mir jetzt sehr viele Kommentare dazu angelesen und sehr viele Leute, die das auch aktiv gefarmt haben. Es wird vermutet, dass jeder Mob die gleiche Drop-Chancen hat und zwar, dass diese Drop-Chancen bei 0,002% liegen soll. Anscheinend. So haben zumindest hier ein paar die Berechnungen angestellt. So, jetzt gucken wir mal allgemein die Loot-Liste an. Ihr seht, das sind sehr, sehr viele Mobs. Das sind hauptsächlich hier, man kann das auch einmal sortieren. Und übrigens, das sind nicht alle Mobs, die es droppen. Es gibt noch wahrscheinlich einige weitere, aber das sind die, die getrackt sind. Und der Tatsache geschuldet, dass es halt so eine geringe Drop-Chancen ist, kann es halt einfach sein, dass bei manchen Mobs das nicht gedroppt ist, bei Leuten, die quasi ein Programm drauf hatten, um das hier für WoW-Head mitzutracken. Und ihr seht, es ist jetzt hier über Nordend verteilt. Anka-Held, Obsidian-Sanktum, viel in Eiskrone, in der Eiskrone-Zitadelle, Gundrak, Hallen der Blitze, Naxxramas, Turm-Utgard, Ulduar. Es droppt aber auch, hier ist Eiskrone-Zitade, auch außerhalb von Raid-Instanzen, beziehungsweise von Fünf-Mann-Instanzen. Was ich euch sicher sagen kann, es droppt in ganz Nordend, in allen Instanzen, in Outdoor-Content, aber nur von Elite-Mobs. Und von Elite-Mobs, die die damalige Max-Stufe hatten, beziehungsweise, ich glaube, zwei Level drunter sein dürfen sie auch noch. Heißt von, damals war 80 die Maximalstufe, also von 78 bis 80er-Mobs. Und dementsprechend sind es halt nur Eiskrone, weil da damals das hier quasi die Max-Level-Zone war, beziehungsweise Sturm-Gipfel müssten es auch ein paar sein, aber da sind, glaube ich, nicht so viele Elite-Mobs. Und dementsprechend die ganzen anderen Raid-Instanzen. Was könnt ihr durchschnittlich erwarten? Anhand der meisten Kommentare, wo die Leute Drops gekriegt haben, beziehungsweise einer hat da noch eine kompliziertere Rechnung angestellt, könnt ihr damit rechnen, dass ihr zwischen 100.000 und 150.000 Mobs töten müsst, bis ihr das Toy im Durchschnitt haben dürftet. Ich habe wesentlich weniger gebraucht. Ich hatte, wie gesagt, ziemliches Luck. Ich habe irgendwie 12.000, 13.000, 14.000 jetzt getötet, aber ich habe natürlich in damaligen Add-On, also in Nordend und mit einigen Twinks, wo ich hier durchgelevelt habe, auch viele gemacht. Diese 12.000, 13.000 waren nur die Mobs, die ich getrackt habe, während einer Farm-Session quasi. Und da möchte ich euch jetzt verschiedene Spots zeigen, die ich benutzt habe, beziehungsweise wo ich es dann auch bekommen habe. Und zwar den ersten, das ist mein, Anführungszeichen, AFK- oder Zweit-Account-Farm. Und da befinden wir uns hier unten in der Eiskrone. Hier Eiskrone. Und dann hier unten bei den Koordinaten 44, 57. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ich habe hier auch, ihr seht, einen Haufen Makros drin. Und ihr seht, hier haben wir einen Haufen Mobs. Und zwar sind das so auserwählte Fanatiker. Und das sind alles Elite-Mobs. Die sind alle auf Stufe 80. Und zwar haben wir, ja, immer Vierer-Gruppen. Und das sind insgesamt, ich glaube, 44 Mobs müssten es sein. Jetzt muss ich nochmal, jetzt rechnen wir das nochmal hier mit. Wir haben auf einer Seite, haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also haben wir 4 mal 9. Das kann ich wahrscheinlich auch im Kopf rechnen. Ah ne, warte mal, wir haben mehr. Wir haben nicht, ähm... Das ist gerade blöd. Wir haben 11 Gruppen. Ich bin ein Vollidiot. 5 und, äh... 6 sind nicht 9, sondern 11. Okay. Man sollte, ne? Also, dann haben wir nämlich 44. Genau, 44 Mobs waren es, die man hier antrifft. Und dort ist es so, dass die genau alle, ähm... 2 Minuten respawnen. Heißt, man kann die 30 Mal in der Stunde töten. Sind das insgesamt, ähm, 1320 Kills. Ist jetzt, wenn man aktiv farmt, nicht sonderlich effizient. Ich kann euch mal was zeigen. Ich hab mir jetzt zum Beispiel hier ein Makro gemacht, wo ich einfach einen spotte. Und ihr seht, die anderen Mobs, die rennen dann alle hier auch mit ran. Man kann auch, äh, das Ding totem stellen oder auch mit anderen Klassen das machen. Aber ich hab mir dementsprechend ein Makro erstellt, wo ich einen Mob spotte und dann hier den RE mach. Und dann hab ich auch noch den Looterrang, wo ich dann, ähm, mittels dem Looterrang hier den Loot so raus holen. Muss ich den nicht jetzt reinklicken. Ähm, das hab ich mir quasi erstellt. Und dann lauf, äh, dann quasi mach ich, also man kann hier in der Mitte stehen bleiben. Man visiert halt immer den Nächsten ein. Ich kann euch das Makro auch zeigen. Das ist jetzt nicht sonderlich, äh, spektakulär. Und zwar hier wirklich rauschender Jadewind. Ta, äh, Auserwählter. Dann Provokation. Das ist der Spot. Und, äh, Start Attack hab ich jetzt noch drin. Man kann theoretisch auch hier den Plünderrang noch drauf beinden. Dafür müsst ihr mit dem Char aber Inji sein, dass ihr dieses Spielzeug, also den Plünderrang, einsetzen kann. Deswegen hab ich jetzt einfach irgendeinen Char genommen und den Inji gelernt. Heißt, hier könnt ihr euren Char in die Mitte reinparken, euch ein Makro machen. Einfach nur mal dieses Makro, äh, drücken alle zwei Minuten und die Mobsfarm nebenbei einen Film angucken. Oder ihr habt einen zweiten Account wie ich und, ähm, macht das dann alle zwei Minuten auf einen zweiten Account. Habt das teilweise neben einem Raid oder irgendwelche Sachen gemacht. Ähm, hier wie gesagt in der Stunde 1320 Mobsfarm ist jetzt nicht sonderlich viel. Die effizientere Methode, die ich euch jetzt zeigen will, wo ich's dann auch gekriegt hab, ist hier in Naxxramas. Und zwar könnt ihr in Naxxramas, ähm, die Mobs farmen und umhauen. Auch hier ist, äh, der Plünderrang, also ein Inji-Char von Vorteil. Da müsst ihr nicht halt immer, wenn ihr auf Range-Mobs tötet, nicht immer hinlaufen. Könnt ihr so von der Ferne auch looten. Beziehungsweise ein Schad, der halt irgendwelche Speed-Effekte hat, ähm, wie Bären-Tatar oder auch allgemein Sprints, ähm, ist natürlich von Vorteil, dass ihr einfach schneller durchseit. Was macht ihr am besten, wenn ihr sich hier in Naxxramas, also aktiv farmen wollt? Ähm, als allererstes geht ihr ins Achenidenviertel. Und zwar geht ihr rein, tötet hier den ersten Boss, geht hier hin, tötet hier alle Mobs, tötet den zweiten Boss nicht. Finger weg vom zweiten Boss. Dann geht ihr hier rüber, ins Seuchenviertel, tötet hier alle Mobs, hier alle Mobs, hier alle Mobs, hier alle Mobs, ersten Boss nicht töten, wieder zurückgehen. Ähm, dann gehen wir ins Seuchenviertel, gehen hier rein, töten alle Mobs hier, töten den Boss, töten hier alle Mobs und hier stoppen wir und porten unsere Stance-Stunts raus, äh, oder gehen einfach zurück. Den Boss töten wir nicht. Heißt, wir machen in dem Viertel den ersten Boss down und sonst allen Trash, in dem Viertel auch alle, alle Trash und den ersten Boss und hier nur den Trash. Wir wollen nämlich dann die Instanz immer und immer wieder laufen. Wichtig ist, seit 8.1 wurden Instanz-Resets ein bisschen verändert und wenn ihr jetzt resettet, sind die Mobs nicht instant da, sondern ihr müsst eine halbe Stunde warten. Ähm, ein Tipp ist, 5 Chars, falls ihr die habt, ihr könnt auch, ähm, die, diese Test-Accounts nehmen, beziehungsweise nicht Test-Accounts, sondern diese Klassenprobe. Da habt ihr einen 110er-Char mittlerweile, die einfach alle hier parken und quasi mit dem ersten Char das durchspielen, mit dem zweiten Char, dritten Char, vierten Char, fünften Char, sechsten Char vielleicht, wenn ihr extrem schnell seid und dann dementsprechend, oder auch normale Twinks, und dann dementsprechend auf den ersten wieder locken, dann ist nämlich diese halbe Stunde abgelaufen. Und dann ist es so, wenn ihr dann reinlauft, dann, äh, ist ja der Boss tot, ihr läuft rein, tötet hier wieder allen Trash, hier die Spinnen, die kannst du nämlich vergessen, aber hier die Mobs sind nämlich die Interessanten, das sind nämlich sehr, sehr viele, tötet die alle, lauft zurück, äh, tötet hier wieder alle, den Boss haben wir ja nicht gelegt, deswegen können wir nicht weiter, und hier, der ist ja jetzt dann tot und ihr könnt hier wieder das legen und so geht es halt dann einfach immer weiter, das könnt ihr dann endlos fahren, wenn ihr 5 Chars zumindest habt, und wie gesagt, ihr könnt hier diese Klassenprobe, äh, 110er Chars nehmen, damit legt ihr das auch alles easy. Äh, wenn ihr Klassenproben erstellt, dann macht euch vielleicht, äh, ich glaube Druids und Decars sind ganz praktisch, denn die können hier, ähm, diese Traumwandlung machen, beziehungsweise Decars auch hier Portal, und dann portet ihr euch raus, äh, in die Klassenhalle, wenn ihr einmal am Ende hier angelangt seid, und dann könnt ihr euch wieder zurückporten, und dann seid ihr ganz in der Nähe, hier in Naxx am FH und fliegt einfach wieder hoch, also könnt dann halt resetten und, äh, auf den nächsten Chars switchen und seid dann nah dran, weil sonst müsst ihr halt jedes Mal hier komplett raushatschen, und das dauert ehrlich gesagt länger, als sich raus und wieder ranzupporten, ne, also so ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr euch E-Klassen-Chars erstellt. Genau, und dann farmt ihr das halt, äh, ja, Ewigkeiten ab, bis ihr das, das, den Toy-Drop habt, halt, wie gesagt, da, Leute haben da, äh, wir hätten verschiedene Sachen geschrieben mit, sie haben da 50 Stunden gefarmt, bis sie den Drop haben, also da könnt ihr ja selber mal auch so ein bisschen durchgucken. Äh, viele haben hier gesagt, dass sie über 100k Mobs gekillt haben, hier, der hat 108.000 Mobs zum Beispiel getötet, also, das ist wirklich so ein Toy, äh, das solltet ihr erst farmen, wenn ihr alle anderen fertig habt, das, ist kein Spaß hier, ja, hier, der hat 91.000 Mobs getötet, also das sind etliche Stunden, Tage, Wochen, die ihr hier verbringen werdet. Das war jetzt tatsächlich auch mein letztes Toy, das ich, ähm, äh, quasi außer Promotion-Toy, so wenn man jetzt mal hier auf, ähm, nicht gesammelt geht, seht ihr, werden keine Toys mehr angezeigt. Das einzige, was ich jetzt noch hab, sind diese Promotion-Toys, und das sind die, die man nicht im WoW erspielen kann, sondern die es über dieses Karten-, also dieses TCG-Kartenspiel gab, wo man dann diese Karten haben muss und quasi Codes einlösen kann, und, ähm, das sind die einzigen, die mir jetzt noch fehlen. Ich hab sogar alle, die man auch im Black Market kaufen kann, und da muss man halt jetzt dann, ähm, Geld in die Hand nehmen, um sich die Karten noch zu beschaffen, wenn ich die letzten mir noch holen wollen würde. Aber wie gesagt, ähm, dieses Toy hab ich jetzt als allerletztes gefarmt, würde ich euch auch raten, bevor ihr noch andere Sachen zu tun habt, macht die, weil das hier ist wirklich ein Todesgrind, wenn ihr, wenn ihr nicht so ein Glück habt wie ich. Ähm, ich hab das Ganze bekommen, ähm, in dem Run, wo ich quasi die Loot-IDs testen wollte. Man kann nämlich in Rarity sich das anzeigen lassen, und zwar, ähm, gibt's da einen Dude hier auch in den Kommentaren, der das, äh, beschrieben hat, und zwar kann man hier in Rarity einfach, äh, zusätzlichen Punkt hinzufügen. Er hat hier auch die kompletten IDs, äh, reingebastelt. Ich wollte ausprobieren, ob die funktionieren, bin quasi, nachdem ich in, ähm, Eiskrone, äh, das, ja, zwölf, dreizehn, tausend Mobs gekillt hatte, wollte ich auch mal schauen, ob ich in Naxx ein bisschen aktiv farmen kann, und wollte die IDs testen, und in dem Run ist es getroppt, quasi im, anfangs seinen ersten Naxx-Run, hatte ich wohl sehr Glück, wenn ich jetzt mal die restlichen Kommentare hier so durchgehe, und das damit vergleiche. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein wenig weiterhelfen, sollte es der Fall sein. Würde mich freuen, wenn ihr euch positiv werdet, und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Eutela, bis dann, ciao!